Wir stellen Ihnen die Boxer noch einmal vor. In der roten Ecke aus Gießen. 44 Jahre alt, 1,97 Meter groß und 106,5 Kilogramm schwer. Sein Kampfrekord, 39 Kämpfe, davon 32 Siege, 26 durch K.O. Begrüßen Sie bitte, trainiert von Detlef Loritz, den amtierenden deutschen Meister im Schwergewicht, Andreas Sidon. In der blauen Ecke. Sein Gegner bei seinem Profidebüt. Als Amateur war er 1998 Juniorenweltmeister. Er war Weltmeister der Amateure 2001, 2003 und 2005. Er war zweimal Panamerikameister und Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Athen. Trainiert wird er von Manny Masson. Er ist 27 Jahre alt, 1,86 Meter groß und 117,2 Kilogramm schwer. Senoras und Senores, Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie bitte aus Havana, Kuba, Otlanje Solis. Der Kampf geht über vier Runden. Ringrichter ist Jürgen Langos. Okay, listen at all time to my commands, shake hands and good luck to you both, okay? Good luck. Ring, zwei, Runde, eins, round one. Box. 1,2,3,4,5,6,7,8. Komm mal her. Komm! Komm! K.O. 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 Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ergebnis. In diesem Profi-Fight über vier Runden im Schwergewicht. Sieger durch K.O. Nach 47 Sekunden in der ersten Runde aus Havanna, Kuba, lebend in Hamburg vom Boxstall-Arena-Box-Promotion, Ott Lanier Solis. Ein besseres Profi-Debüt kann man nicht haben. Wir freuen uns schon auf die nächsten Kämpfe von Ott Lanier Solis. Wir bedanken uns alle für Ihren Besuch, meine Damen und Herren. Wir bedanken uns bei Armin Öhnert für den Kampfabend heute Abend und bei Arena Box Promotion und freuen uns, wenn Sie uns alle wieder besuchen in der nächsten Fight Night der Arena Box Promotion. Dankeschön für Ihr Kommen. Kommen Sie gut nach Hause und einen schönen Abend noch. Applaus Das ist ein klein war Warnert und ein bisschen nach geared auf. Und wenn Sie dann die Tatsachen, die in der nächsten Zeitung mit drei Runde fahren, in der nächsten Zeitung, die in der nächsten Zeitung, den nächsten Zeitung, Vielen Dank.